Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video unserer Serie Qualität Insight. Mein Name ist Ümit Kesskiner, ich bin Spezialist für Qualitätssicherung von Kfz-Bauteilen bei PE Automotive. Heute zeige ich Ihnen, wie wir auf unserem hauseigenen Prüfstand alle gängigen 12 Volt und 24 Volt Lichtmaschinen prüfen. So sieht der Aufbau am Prüfstand aus. Wir haben einen Keilriemen, der über dem Motor die Freilaufriemenscheibe antreibt. Und jetzt zeige ich euch, wie das Ganze in Aktion aussieht. Wir wählen das artikelspezifische Prüfprogramm aus und starten den Vorgang. So, jetzt sehen wir auch schon die Lichtmaschinen in Aktion. Wir haben hier eine Drehzahl von 2500 Umbrührung pro Minute bei einer Regulierspannung von knapp 26 Volt und einem Austritt von 105 Ampere. Und hier sehen wir auch schon das Ergebnis. Alle Parameter entsprechen unseren Anforderungen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen einen guten Einblick gegeben, wie wichtig uns die Qualität unserer Lichtmaschine ist.